Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen. Kirchenvetter, Zyril von Jerusalem, Verstorben 387, Katechesen an die Teuflinge, Pro Katechesis et Katechesis et Illuminandos, Teil 3 von 14, 8, Was ist nun Pflicht, worin bestehen die Früchte der Buße, wer zwei Röcke hat, gebe demjenigen einen Rock, der keinen hat. An dieser Stelle sind in allen Handschriften noch die Worte eingeschaltet, der so lehrte, verdiente Glauben, denn er hat zuerst, was er lehrte, beobachtet, nicht beschämten ihn seine Worte, sein Gewissen legte seiner Zunge keine hemmenden Schranken. Und wer Speisen hat, tu desgleichen. Lukas 3, 11 Du willst die Gnade des Heiligen Geistes genießen, die Armen aber würdigest du nicht irdischer Speisen, du strebst nach großen Gütern, bist aber nicht freigebig mit den Kleinen, magst du auch ein Zöllner, ein unzüchtiger Mensch gewesen sein, hoffe auf Erlösung, die Zöllner und Buhlerinnen kommen vor euch in das Reich Gottes. Matthäus 21, 31 Und Paulus bestätigt es, nicht unzüchtige, nicht Götzendiener werden das Reich Gottes erben, das sind einige von euch gewesen, doch ihr habt euch gewaschen, ihr seid geheiligt worden. 1 Korinther 6, 9-11 Nicht heißt es das sind einige von euch, sondern das sind einige von euch gewesen, wer aus Unwissenheit sündigt, erhält Verzeihung, wer hartnäckig in der Sünde verharrt, wird verdammt. 9 Dann stolz, wenn du getauft wirst, ist der eingeborene Gottessohn selbst. Wozu soll ich also noch weiter über einen Menschen sprechen? Groß war zwar Johannes, doch was ist er gegen den Hahn? Groß war seine Stimme, doch was ist sie gegen den Logos? Gar mächtig war der Herold, doch was ist er gegen den König? Mächtig war der, der mit Wasser taufte, aber was ist er gegenüber dem, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft? Mit Heiligen Geist und mit Feuer hat nämlich der Erlöser die Apostel getauft, als plötzlich vom Himmel her ein Brausen entstand gleich dem eines daher fahrenden gewaltigen Windes und das ganze Haus erfüllte, in dem sie saßen, und ihnen geteilte Zungen wie von Feuer erschienen, auf jeden einzelnen von ihnen sich niederließen und alle vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Apostelgeschichte 2, 2-4 10 Wer die Taufe nicht empfängt, für den gibt es kein Heil, eine Ausnahme bilden nur die Märtyrer, welche auch ohne Wasser das Reich erhalten. Als der Heiland am Kreuze den Erdkreis erlöste, floss nämlich aus seiner Seiten Wunde Blut und Wasser, damit, wer in friedlicher Zeit lebe, im Wasser getauft werde, wer dagegen in eine Zeit von Verfolgungen falle, im eigenen Blut die Taufe erhalte, auch bezeichnet ja der Heiland das Martyrium als Taufe, denn er sagt, vermöget ihr den Kelch zu trinken, den ich trinke, und mit der Taufe die ich empfange, getauft zu werden? Markus 10, 38 Die Märtyrer legen ihr Glaubensbekenntnis ab, ein Schauspiel für die Welt, die Engel und Menschen, 1 Korinther 4, 9 Bald sollst auch du das Bekenntnis ablegen, doch noch nicht ist es Zeit, mit dir hierüber zu sprechen, 11 Jesus hat, als er selbst getauft wurde, die Taufe geheiligt, wenn der Sohn Gottes getauft worden ist, wer könnte die Taufe verschmähen, ohne als gottlos bezeichnet zu werden, doch wurde er nicht getauft, um Verzeihung von Sünden zu erlangen, denn er war ohne Sünde, vielmehr wurde der Sündelose getauft, um Gottes Gnade und Würde den Getauften zu vermitteln, gleich wie Jesus nämlich wegen des Anteils der Kinder an Blut und Fleisch ebenfalls daran teilgenommen hat, Hebräer 2, 14 Damit wir nicht nur mit ihm die fleischliche Erscheinung, sondern auch die göttliche Gnade gemeinsam haben, so ließ er sich taufen, damit wir auch durch die Taufe wiederum gemeinschaftlich Heil und Herrlichkeit besitzen, nach Hiob war in den Wassern der Drache, Hiob 40, 18 Hier ist die Rede von Behemoth oder Nilpferden, der den Jordan mit seinem Rachen aufnahm, da die Häupter des Drachen zerschmettert werden sollten, stieg Jesus in das Wasser und band den Gewaltigen, damit wir die Macht erhalten, auf Schlangen und Skorpionen zu treten, Lukas 10, 19 Es war kein kleines, sondern ein furchtbares Tier, kein Fischerboot konnte auch nur eine einzige Schuppe von seinem Schwanze bekommen, Hiob 40, 26 Vor ihm her lief das Verderben, Hiob 41, 13 Unheilbereitend denen, die entgegen kamen, da eilte auf dasselbe zu das Leben, um für immer den Tod zu knebeln, auf das wir alle gerettet werden und sagen können, wo ist, O Tod, dein Stachel, wo ist, O Hölle, dein Sieg 1 Korinther 15, 55 Durch die Taufe wird der Todesstachel vernichtet 12 Zwar steigst du mit Sünden beladen in das Wasser, aber wenn du die Gnade angerufen hast und deine Seele besiegelt worden ist, brauchst du dich nicht mehr von dem furchtbaren Drachen verschlingen zu lassen, von der Sünde getötet, steigst du hinab, in Gerechtigkeit zum Leben erweckt, kommst du heraus, wenn du nämlich der Ähnlichkeit des Todes des Erlösers eingepfropft wirst Römer 6, 5 Dann wirst du auch der Auferstehung gewürdigt werden, denn wie Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm und starb, um nach Ertötung der Sünde in Gerechtigkeit aufzustehen, so wirst du, wenn du in das Wasser hinabgestiegen und gewissermaßen wie im Felsengrabe begraben bist, wiederum auferweckt, in Neuheit des Lebens wandelnd Römer 6, 4, 13 Bist du der Gnade gewürdigt, erst hierauf gibt dir Jesus die Kraft, gegen die feindlichen Mächte zu kämpfen, gleich wie er nämlich nach der Taufe 40 Tage versucht wurde, nicht als ob er nicht schon zuvor hätte, den Widersacher, besiegen können, er wollte vielmehr in allem, was er tat, eine gewisse Ordnung einhalten, so sollst du, der du vor der Taufe den Kampf mit den Feinden nicht gewagt hättest, dann, wenn du die Gnade erhalten hast und für die Zukunft gestärkt bist, den Kampf mit den Waffen der Gerechtigkeit kämpfen und, wenn du willst, das Evangelium verkünden, 14 Jesus Christus war der Sohn Gottes, gleichwohl verkündete er das Evangelium nicht vor der Taufe, wenn der Herr selbst ordnungs- und zeitgemäß verfuhr, sollen dann wir, seine Diener, ohne Einhaltung der Ordnung etwas wagen, erst damals begann Jesus zu predigen, als der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt gleich einer Taube auf ihn herabgekommen war, nicht sollte Jesus ihn zum ersten Mal sehen, denn er kannte ihn schon, ehe er leiblich erschienen war, vielmehr sollte in Johannes der Täufer schauen, denn sagt er ich kannte ihn nicht, doch der, welcher mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, sprach zu mir, derjenige, auf den du den Geist herabsteigen und auf dem du ihn bleiben siehst, der ist es, Johannes 1, 33, wenn nun deine Frömmigkeit ebenfalls aufrichtig ist, dann kommt der Heilige Geist auch auf dich herab, und es tönt dir von oben als väterliche Stimme entgegen nicht dieser ist mein Sohn, Matthäus 3, 17 Wohl aber dieser ist jetzt mein Sohn geworden, nur von Jesus gilt er ist, denn im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, Johannes 1, 1 von Jesus gilt er ist, da er jederzeit der Sohn Gottes ist, von dir dagegen heißt es jetzt ist er es geworden, denn nicht von Natur aus hast du die Sohnschaft, sondern du empfängst sie gemäß einer Bestimmung, er ist ewig, der Sohn, du aber erhältst die Gnade im Laufe der Zeit, 15, richte also her das Gefäß deiner Seele, damit du ein Sohn Gottes werdest und Erbe Gottes, mit Erbe aber Christi, Römer 8, 17 Nur musst du dich rüsten, um auch zu empfangen, nur muss der Glaube dich führen, wenn du ein Gläubiger werden willst, du musst zielbewusst den alten Menschen ablegen, denn alle deine Sünden werden dir vergeben werden, sei es Unzucht, sei es Ehebruch, sei es irgendeine andere derartige Ausschweifung, gibt es eine größere Sünde, als Christus gekreuzigt zu haben, auch von dieser Sünderei nicht die Taufe, als von denen, welche den Herrn gekreuzigt hatten, 3000, zu den Aposteln, kamen, fragten und sagten, was sollen wir tun, ihr Brüder, Apostelgeschichte 2, 37 Denn groß ist unsere Wunde, du hast uns, o Petrus, an unseren tiefen Fall erinnert, da du erklärtest, den Urheber des Lebens habt ihr getötet, Apostelgeschichte 3, 15 Welches Heilmittel gibt es für solche Wunde, welches Reinigungsmittel für solchen Schmutz, was rettet aus solchem Verderben, da erklärt Petrus, tuet Busse, und jeder von euch lasse sich taufen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, empfangen werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, 38 Wie unaussprechlich groß ist Gottes Liebe zu den Menschen, sie hoffen nicht auf Erlösung und werden des Heiligen Geistes gewürdigt, erkennst du die Kraft der Taufe, sollte einer von euch durch Lästerungen Christum gekreuzigt haben, sollte von euch einer aus Unwissenheit ihn vor Menschen verleugnet haben, sollte jemand durch sündhafte Taten Anlass zur Lästerung des Glaubens gewesen sein, er möge Busse tun und gute Hoffnung sein, auch jetzt noch steht euch dieselbe Gnade zur Verfügung, 16 Fasse Mut, Jerusalem, der Herr wird alle deine Sünden wegnehmen, Siphania 3, 14-15 Abwaschen wird der Herr den Schmutz ihrer Söhne und Töchter im Geiste des Gerichtes und im Geiste des Verbrennens, Isaiah 4, 4 Er wird euch mit reinem Wasser besprengen, und gereinigt werdet ihr werden von all euren Sünden, Erzerien 36, 25 Kürre von Engeln werden euch umgeben und sagen, wer ist diese, welche heraufsteigt, weißglänzend, gestützt auf ihren Geliebten? Holid 8, 5 Die Seele nämlich, welche Ehe dem Sklavin war, hat sich nun den Herrn selbst zum Geliebten erkoren, dieser aber wird ihre aufrichtige Zuneigung annehmen und entgegnen, sehe, schön bist du, meine Freundin, sehe, schön bist du, deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe. Holid 4, 1-2 Nämlich wegen des ehrlichen Bekenntnisses, die Schafe aber alle, so wird er weiter sagen, bringen Zwillinge. Holid 4, 2 Gemeint ist die zweifache Gnade, nämlich die Gnade, welche aus dem Wasser, und die, welche vom Geiste kommt, oder die vom alten und vom neuen Bund verkündete Gnade, möchtet ihr alle den Lauf der Fasten vollenden, die vorgetragenen Lehren im Gedächtnis behalten, durch gute Werke Früchte bringen, tadellos vor den geistigen Bräutigam treten, um Nachlassung der Sünden von Gott zu erhalten, dem die Ehre sei mit dem Sohn und dem Heiligen Geist in Ewigkeit, Amen. 4, Katechese an die Täuflinge, frei vorgetragen in Jerusalem, über die Zehn Glaubenslehren, Einleitung, 1, über die Zehn Glaubenslehren. Diesen Titel führt die vierte Katechese schon in Theodorets Eranistes, Dialog 2, wo der Bischof von Kyros eine Stelle aus ihr anführt. Lesung aus dem Briefe an die Kolosser, Sehe zu, dass euch niemand verführe durch Weltweisheit und eitlen trug gemäß menschlicher Überlieferung, aufgrund weltlicher Lehren. Kolosser 2, 8 Das Lasteramt die Tugend nach, der Lolch. Lolch oder Weidelgras, Lolium, ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Süßgräser, Poachea, die Gattung ist weltweit verbreitet, will für Weizen gehalten werden, er sieht allerdings dem Weizen ähnlich, aber wer sich darauf versteht, erkennt ihn am Geschmack, der Teufel verkleidet sich in einen Engel des Lichtes, 2 Korinther 11, 14 Nicht um dahin zurückzukehren, wo er gewesen war, denn er gleicht einem Amboss, da sein Herz unbeugsam ist und seine Gesinnung niemals Reue kennt, er will vielmehr diejenigen, welche ein Engel gleiches Leben führen, in die Finsternis der Verblendung und in den pestartigen Zustand des Unglaubens stürzen, viele Wölfe gehen in Schafskleidern ein ja, Matthäus 7, 15 Sie haben die Kleider von Schafen, nicht aber deren Klauen und Zähne, sie legen ein zahmes Fell an, um durch ihr Aussehen die Unschuldigen zu täuschen, aus ihren Zähnen aber spritzen sie das verderbliche Gift der Gottlosigkeit, wir brauchen darum göttliche Gnade, nüchternen Sinn, offene Augen, damit wir nicht, lolch als Weizen essend, aus Unkenntnis Schaden leiden, damit wir nicht, den Wölfe ein Schaf haltend, ihm zur Beute fallen, damit wir nicht, den verderbenbringenden Teufel für einen segenspendenden Engel ansehend, verschlungen werden, er geht nämlich umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne, 1 Petrus 5, 8, wie die Schrift sagt, daher die Mahnungen der Kirche, daher diese Vorträge hier, daher die Lesungen, 2, zum Wesen der Religion gehören fromme Lehren und gute Handlungen, weder sind Gott Lehren angenehm, welchen nicht gute Taten folgen, noch will Gott Taten, welche nicht aus frommen Lehren entspringen, was nützt denn einerseits Gottes Gelehrtheit dem, der Schändliche und Zucht treibt, was nützt andererseits strenge Enthaltsamkeit dem, der Gott nicht kennt und ihn lästert, der höchste Besitz ist also Kenntnis der Glaubenslehren, absolut notwendig ist eine keusche Seele, viele gibt es, welche durch Weltweisheit und eitlen Trug verführen, Kolosser 2, 8, die Heiden betören durch schöne Reden, denn Honig fließt von den Lippen einer Bullerin, Sprichwörter 5, 3, die Beschnittenen aber betrügen diejenigen, welche zu ihnen kommen, durch falsche Auslegung der göttlichen Schriften, von Kindheit an bis ins Kreisenalter studieren sie, aber sie werden alt, ohne etwas gelernt zu haben, Eretiker betrügen die Herzen der Unschuldigen mit ihren Lehren vom Guten und Schönen, sie bezeichnen sich als Christen, um wie mit Honig die giftigen Pfeile ihrer gottlosen Lehren zu bestreichen, auf alle diese Irrlehrer verweist der Herr mit den Worten, seht zu, dass euch niemand irre führe, Matthäus 24, 4, darum erfolgt die Unterweisung im Glauben und die Einführung in denselben, 3, vor der Übergabe des Symbolums scheint mir jetzt, nur, eine kurze Zusammenfassung der notwendigen Glaubenslehren gut zu sein, die vierte Kathekese über die zehn Glaubenslehren erinnert in ihren Hauptpunkten an Gregor von Nazianz, damit sie nicht, wenn von den vorzutragenden Lehren zu viel geboten wird, im Laufe der ganzen dazwischenliegenden heiligen Quadrage sie Mahlzeit von den weniger Begabten unter euch wieder vergessen werden, wenn wir jetzt, nur, das Wichtigste aussäen, das bleibt uns, bis es später weiter ausgearbeitet wird, die Begabteren und bereits Urteilsfähigeren unter den Anwesenden aber mögen Geduld haben, wenn sie die Kinder lehren und eine Unterweisung, welche erst Milch bietet, hören, Vergleiche, Hebräer 5, 13 bis 14, wer erst unterrichtet werden muss, soll etwas lernen, wer bereits die Erkenntnis hat, soll die Erinnerung an das auffrischen, was er schon gelernt hat, Gott, 4, zunächst soll die Lehre von Gott als Fundament in eure Seele gelegt werden, es ist ein Gott, er allein ist unerzeugt, ohne Anfang, unwandelbar, unveränderlich, weder hat ihn ein anderer erzeugt, noch tritt er an einen anderen das Leben ab, nicht fing er in der Zeit an, zu leben, noch stirbt er jemals, er ist gut und gerecht, sobald du einen Heretiker predigen hörst, ein anderer sei der gerechte und weder ein anderer der gute, Vergleiche, Kathekese 6, 16, sollst du dich sofort an diese Lehre erinnern, um den giftigen Pfeil der Herese zu erkennen, es gab Männer, welche in ihrer Lehre ruchlos den einen Gott zu teilen wagten, einige lehrten, der Schöpfer und Herr der Seele sei ein anderer als der Schöpfer und Herr der Körper, eine unsinnige und gottlose Lehre, Vergleiche, Kathekese 6, 12 fortfolgende, wie kann denn ein und derselbe Menschknecht von zwei Herren sein, sagt ja doch der Herr im Evangelium, niemand kann zwei Herren dienen, Matthäus 6, 24, einer allein also ist Gott, der Schöpfer der Seelen und der Körper, einer ist der Schöpfer Himmels und der Erde, der Schöpfer der Engel und Erzengel, er ist der Schöpfer vieler, jedoch seit Ewigkeit der Vater eines einzigen, nur seines einen eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, durch den er alles erschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, 5, dieser Vater unseres Herrn Jesus Christus wird von keinem Raume begrenzt, nicht ist er geringer als der Himmel, vielmehr sind die Himmel das Werk seiner Finger, Psalm 8, 4, und in seiner Faust hält er die ganze Erde, er ist in allen und außerhalb aller, glauben nicht, dass die Sonne heller leuchte wie er oder ihm nur gleich komme, denn der, welcher die Sonne gemacht hat, muss schon vorher ganz unvergleichlich größer und leuchtender sein, er weiß die Zukunft vorher und ist mächtiger als alles, er weiß alles und macht alles, wie er will, er ist nicht abhängig von geschichtlicher Entwicklung, nicht von der Geburt, nicht vom Schicksal, nicht vom Verhängnis, er ist in allem vollkommen und besitzt jede Art von Tugend in gleicher Weise, er wird weder kleiner, noch wächt er, sondern er bleibt sich stets in gleicher Weise der gleiche, für die Sünder hat er Strafen, Kronen für die Gerechten bestimmt, 6, von dem einen Gott sind viele, die einen auf diese, die anderen auf jene Weise, abgewichen, die einen haben die Sonne vergöttlicht, um nach Sonnenuntergang während der Nachtzeit ohne Gott zu sein, andere haben, um während des Tages ohne Gott zu sein, den Mond vergöttlicht, andere die übrigen Teile der Welt, die einen die Künste, andere die Speisen, andere die sinnlichen Freuden, die einen haben in ihrer Weibersucht die Statue eines nackten Weibes aufgestellt, sie Aphrodite genannt und in dem Bilde die Leidenschaft angebetet, andere, vom Goldglanze geblendet, haben das Gold und die übrigen Elemente zu Göttern gemacht, wenn aber einer die Leere von der Einheit Gottes in sein Herz gepflanzt hat und sich nach derselben richtet, der verband zugleich alles Verderben, das von den Sünden des Götzendienstes und vom Irrtum der Heretiker kommt, dieses ist die erste Glaubenslehre, welche du dir gläubig ins Herz legen musst, Christus, 7, glauben musst du auch an den einen und einzigen Sohn Gottes, unseren Herrn Jesus Christus, Gott, erzeugt aus Gott, Leben, erzeugt aus dem Leben, Licht, erzeugt aus dem Lichte, ähnlich ist er in allem dem Erzeuger, nicht in der Zeit hat er das Sein erhalten, sondern vor aller Ewigkeit ist er ewig vom Vater in unfassbarer Weise geboren worden, er ist die Weisheit Gottes und die persönliche, wesenhafte Kraft und Gerechtigkeit, er sitzt zu Rechten des Vaters vor aller Ewigkeit, denn nicht ist er, wie einige geglaubt haben, Paul von Samosata und seine Anhänger, nach seinem Leiden gewissermaßen von Gott gekrönt worden, nicht hat er wegen seiner Geduld den Thron zu Rechten erhalten, sondern seitdem er ist, er ist aber ewig erzeugt, hat er die königliche Würde und thront mit dem Vater, da er, wie gesagt, Gott, Weisheit und Kraft ist, er regiert zugleich mit dem Vater und hat alles um des Vaters Willen erschaffen, nichts fehlt ihm zur göttlichen Herrlichkeit, er kennt den Erzeuger, wie er vom Erzeuger gekannt wird, um es kurz zu sagen, denke an das Wort, das in den Evangelien geschrieben ist, niemand kennt den Sohn außer der Vater, und niemand kennt den Vater außer der Sohn, Matthäus 11, 27, 8, nicht darfst du den Sohn vom Vater trennen, noch darfst du, beide vermischend, wie Sapellius Vergleiche, K.T. Kesse 16, 4, eine Sohnvaterschaft Glauben, glaube vielmehr, dass der eingeborene Sohn des einen Gottes einer ist, der vor aller Zeit, existierende, Gott Logos, durch das griechische Heißwort erklärt, dass der dem Vater wesensgleiche Sohn Hypostase oder Person ist Vergleiche, Justins Dialog 56, 11, wo gesagt ist, der Logos sei ein anderer als der Vater, nicht ist er ein Wort Logos das gesprochen wird und in die Luft zerfließt, nicht ein Wort ähnlich den wesenslosen Worten, der Logos Sohn ist der Schöpfer der vernünftigen Wesen, er ist das auf den Vater hörende und selbstredende Wort, hierüber werde ich bei Gelegenheit, so Gott will, noch ausführlicher sprechen, denn nicht vergessen wir unser Vorhaben, jetzt nur eine zusammenfassende Einleitung in die Glaubenslehre zu geben, die Geburt aus der Jungfrau, 9, glauben musst du, dass dieser eingeborene Sohn Gottes um unserer Sünden willen vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist, indem er diese menschliche Natur mit ihren Leiden, um uns ähnlich zu sein, angenommen hat, aus der heiligen Jungfrau und dem heiligen Geiste geboren worden ist, nicht zum Scheine und nicht in der Einbildung, sondern in Wahrheit ist er Mensch geworden, nicht ist er durch die Jungfrau wie durch einen Kanal gegangen, so lehrte der Gnostiker Bardosanes, sondern er hat wahrhaft aus ihr Fleisch angenommen, er hat wahrhaft gegessen wie wir, hat wahrhaft getrunken wie wir, ist wahrhaft mit Milch ernährt worden, wäre nämlich die Menschwerdung nur Schein gewesen, dann wäre auch die Erlösung Schein, Christus war zweifach, sichtbar als Mensch, unsichtbar als Gott, als Mensch hat er wahrhaft wie wir gegessen, denn er hatte dieselben fleischlichen Bedürfnisse wie wir, als Gott aber speiste er mit 5 Broten die 5000, Matthäus 14, 17-21, als Mensch ist er wahrhaft gestorben, als Gott aber hat er den, der schon 4 Tage tot war, erweckt, Johannes 11, 39 fortfolgende, als Mensch hat er im Schiffe wahrhaft geschlafen, Matthäus 8, 24, als Gott ist er auf dem Wasser gewandelt, Matthäus 14, 25, das Kreuz, 10, er ist für unsere Sünden wahrhaft gekreuzigt worden, willst du es leugnen, so belehrt dich der Ort, den du siehst, dieser heiligen Golgatha, auf dem wir jetzt um dessen Willen versammelt sind, der auf ihm gekreuzigt worden war, mit dem Kreuzesholze ist nunmehr fast der ganze Erdkreis erfüllt, vom Vorhandensein der Kreuzpartikel um die Mitte des vierten Jahrhunderts berichtet eine Inschrift von Tickster in Algerien und eine von Rosconia, nach Chrysostomus wurden solche Partikeln in Kapseln am Hals getragen, nicht um eigener Sünden willen ist er gekreuzigt worden, sondern damit wir von den Unsrigen erlöst würden, als Mensch ist er damals von Menschen beschimpft und mit Fäusten geschlagen worden, Matthäus 26, 67, als Gott aber hat ihn die Schöpfung erkannt, denn als die Sonne den Herrscher geschändet sah, konnte sie den Anblick nicht ertragen, und bebend verfinsterte sie sich, das Grab, 11, als Mensch ist er in einem Felsengrabe wahlhaft beigesetzt worden, doch die Felsen zersprangen, Matthäus 27, 51, aus Furcht vor ihm, in die Unterwelt ist er hinabgestiegen, um auch dort die Gerechten zu erlösen, sage mir, hättest du denn gewollt, dass der Gnade die Lebenden teilhaftig werden, und zwar, obwohl sie größtenteils nicht heilig sind, dass dagegen diejenigen, welche von Adam an lange Zeit eingekackert waren, keine Freiheit erlangen, der Prophet Isaias hat so Großes über Christus mit lauter Stimme verkündet, hättest du nicht gewollt, dass der König hinabsteige, um den Herold zu erlösen, David war in der Unterwelt und Samuel und alle Propheten, auch Johannes, der durch seine Abgesandten hatte fragen lassen, bist du der, der da kommen soll, oder haben wir einen anderen zu erwarten, Matthäus 11, 3, hättest du nicht gewollt, dass er hinabsteige, solche Männer zu erlösen, die Auferstehung, 12, der, welcher in die Unterwelt hinabgestiegen ist, ist auch wieder aufgestiegen, nachdem Jesus begraben worden war, ist er am dritten Tage wahlhaft wieder auferstanden, sollten dich etwa die Juden sticheln, dann halte ihnen sofort die Frage entgegen, Jonas ist nach drei Tagen aus dem Walfisch hervorgegangen, und Christus soll nach drei Tagen nicht aus der Erde erweckt worden sein, durch Berührung der Gebeine des Elysäus ist ein Toter zum Leben erweckt worden, 2 Könige 13, 21, soll es nicht viel leichter sein, dass der Schöpfer der Menschen durch die Kraft des Vaters zum Leben erweckt werde, wahrhaft ist er also auferstanden, und nach seiner Auferstehung ist er wiederum den Jüngern erschienen, Zeugen seiner Auferstehung sind die zwölf Jünger gewesen, nicht aber haben sie mit schönen Reden Zeugnis gegeben, sondern im Kampfe für die Wahrheit seiner Auferstehung haben sie sogar Matern und Tod erlitten, trotzdem nach der Schrift, Matthäus 18, 16, schon, auf der Aussage zweier oder dreier Zeugen jedes Wort beruht, für die Auferstehung Christi aber sogar zwölf Zeugnis geben, solltest du gleichwohl noch nicht aufgrund der Auferstehung glauben, die Himmelfahrt, 13, nachdem Jesus den Leidensweg vollendet und die Menschen von Sünden erlöst hatte, stieg er wieder zum Himmel empor, von einer Wolke aufgenommen, Apostelgeschichte 1, 9, als er auffuhr, standen ihm Engel zur Seite, waren Apostel Augenzeugen, sollte einer der Überlieferung nicht Glauben schenken, dann möge er der Macht glauben, die sich jetzt offenbart, während alle Könige bei ihrem Tode mit dem Leben auch ihre Macht verlieren, wird Christus seit seiner Kreuzigung von der ganzen Welt angebetet, den Gekreuzigten verkünden wir, vor dem Gekreuzigten zittern die Dämonen, viele sind im Laufe der Zeit gekreuzigt worden, aber wer ist sonst je nach seiner Kreuzigung angerufen worden, um die Dämonen zu verscheuchen? Vergleiche, Kathekese 13, 3 und 4, 14, wollen wir uns also des Kreuzes Christi nicht schämen, mögen es andere geheim halten, du sollst damit offen die Stirne bezeichnen, damit die Dämonen, wenn sie das königliche Zeichen sehen, zitternd weit entfliehen, mache das Kreuzzeichen beim Essen und Trinken, wenn du sitzest, dich niederlegst, aufstehst, wenn du sprichst, gehst, kurz bei allen Beschäftigungen, Vergleiche, Kathekese 13, 36, Tertullian, der Kranz des Soldaten, Kapitel 3, bei jedem Schritt und Tritt, bei jedem Eingehen und Ausgehen, beim Anlegen der Kleider und der Schuhe, beim Waschen, Essen, Licht anzünden, Schlafen gehen, beim Niedersitzen und bei jeder Tätigkeit drücken wir auf unsere Stirne das Kreuzzeichen, Signaculum, denn der, welcher auf dieser Stelle gekreuzigt wurde, ist oben im Himmel, würde er nach seiner Kreuzigung und Grablegung im Gabe geblieben sein, dann hätten wir Grund, uns, des Kreuzes, zu schämen, nun aber ist der, welcher hier auf dem Golgatha gekreuzigt worden war, von dem im Osten gelegenen Mühlberg aus in den Himmel aufgefahren, an dieser Stelle, dem Golgatha, ist er in die Unterwelt hinabgestiegen und wieder zu uns zurückgekehrt, dort, auf dem Mühlberg, hat er uns wieder verlassen, um in den Himmel aufzufahren, denn der Vater spricht zu ihm, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße setze, Psalm 110, 1, das kommende Gericht, 15, dieser Jesus Christus, der in den Himmel aufgefahren ist, kommt wieder vom Himmel, nicht von der Erde, ich sage nicht von der Erde, da jetzt viele Antichriste von der Erde kommen sollen, bereits haben, wie du gesehen hast, viele erklärt, ich bin Christus, Matthäus 24, 5, KT Käse 15, 5, Es muss nur noch der Gräuel der Verwüstung kommen, Daniel 9, 27, Matthäus 24, 15, Warte auf den wahren Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, der nicht mehr von der Erde, sondern vom Himmel kommen, allen in hellerem Gänze als jeglicher Blitz und Lichtstrahl erscheinen wird, von Engeln umgeben, um zu richten die Lebendigen und die Toten und über ein himmlisches, ewiges, unvergängliches Reich zu regieren, auch an dem letzten Satze halte fest, denn viele gibt es, die behaupten, das Reich Christi habe ein Ende, Vergleiche, KT Käse 15, 27, Der Heilige Geist, 16, Glaube auch an den Heiligen Geist, bewahre dir die rechte Meinung über ihn, denn es gibt viele, welche dem Heiligen Geist ferne stehen und schlimme Lehren über ihn aufstellen, merke dir, dieser Geist ist einer, ungeteilt, kraftvoll, vieles wirkt er, ohne selbst geteilt zu werden, Vergleiche, KT Käse 17, 2 und 3, Erkennt die Geheimnisse, Erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, in Gestalt einer Taube ist er auf den Herrn Jesus Christus herabgekommen, er wirkte im Gesetze und in den Propheten, und jetzt, zur Zeit der Taufe, besiegelt er deine Seele, jedes vernünftige Wesen bedarf der Heiligung durch ihn, wenn einer sich erkühnt, gegen den Heiligen Geist zu lästern, erhält er keine Verzeihung, weder in diesem noch im zukünftigen Leben, Matthäus 12, 32, Den Geiste kommt zugleich mit dem Vater und dem Sohne Ehre und Würde zu, seiner bedürfen auch die Throne und Herrschaften, die Mächte und Gewalten, Vergleiche, Kolosser 1, 16, Denn einer ist Gott, der Vater Christi, und einer ist der Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn des einen Gottes, und einer ist der Heilige Geist, mit diesem Satz will gelehrt sein, dass sowohl der Vater wie der Sohn wie der Heilige Geist eine Person ist Vergleiche, KT Kese 4, 8, der alles heiligt und der im Gesetze und in den Propheten, im alten und neuen Bunde gesprochen hat, 17, bewahre in deinem Geiste stets dieses Siegel, das ist im Heiligen Geist, erst der Hauptsache nach und andeutungsweise wirst du jetzt belehrt, so der Herr will, folgt aber noch eine kraftvolle Erklärung mit Schriftbeweis, wenn es sich nämlich um die göttlichen, heiligen Geheimnisse des Glaubens handelt, darf absolut nichts ohne göttliche Schrift vorgetragen werden, auch darf man sich durchaus nicht von verführerischen Reden oder durch Wortmacherei verleiten lassen, du darfst auch meinen Worten nur dann glauben, wenn dir die göttlichen Schriften den Beweis für meine Erklärungen geben, soll unser Glaube das Heil bringen, dann stützt er sich nicht nicht auf ersonnene Gründe, sondern auf den Beweis aus den göttlichen Schriften, die Seele, 18, wenn du unseren ehrwürdigen, hochheiligen Glauben kennengelernt hast, musst du auch dich selbst kennenlernen, als Mensch hast du zwei Naturen, bist aus Seele und Leib zusammengesetzt, ein und derselbe Gott ist, wie vor kurzem bemerkt, vergleiche, KT Kese 4, 4, der Schöpfer der Seele und des Leibes, deine Seele hat, das musst du wissen, freien Willen, sie ist das schönste Werk Gottes, ein Ebenbild ihres Schöpfers, sie ist unsterblich, da ihr Gott Unsterblichkeit verliehen hat, ihrem Wohltäter verdankt sie es, dass sie ein vernünftiges, unzerstörbares Wesen ist, sie hat die Fähigkeit, zu tun, was sie will, nicht ist dein Geburtstag schuld, wenn du sündigst, nicht reibt ein Geschick dich zur Unzucht, nicht nötigen, wie einige in törichter Weise behaupten, dich die Konstellationen der Sterne zu Ausschweifungen, warum scheust du es, deine eigenen Sünden zu bekennen, und schiebst die Schuld auf die unschuldigen Sterne, höre nicht mehr auf die Astrologen, denn die göttliche Schrift sagt von ihnen, mögen die Sterndeuter auftreten und dich retten, siehe so heißt es weiter alle werden wie Stoppeln im Feuer verbrannt werden, und nicht werden sie ihre Seele aus der Flamme retten. Isaiah 47, 13-14 19, lerne auch das, ehe die Seele auf diese Erde kam, hatte sie keine Sünde, als wir eintraten, waren wir ohne Sünde. Zürich tritt hier der von Gnostikern und Manikian vertretenen Anschauung entgegen, dass die menschliche Seele zur Strafe in einen materiellen Leib verwiesen wurde. Jetzt aber sündigen wir mit freiem Willen, höre nicht auf den, der die Stelle, wenn ich das, was ich nicht will, tue. Römer 7, 16 Falsch auslegt, sondern denke an das Wort, wenn ihr wollt und auf mich hört, werdet ihr von den Gütern des Landes genießen, wenn ihr aber nicht wollt und nicht auf mich höret, wird euch das Schwert verschlingen und so weiter. Isaiah 1, 19-20 Und wiederum, gleich wie ihr eure Glieder als Knechte der Unreinheit und Gesetzlosigkeit hingegeben habt zur Gesetzlosigkeit, so gebet jetzt eure Glieder als Knechte der Gerechtigkeit hin zur Heiligung. Römer 6, 19 Denke auch an das Wort der Schrift, wie sie es nicht für gut hielten, Gott zu erkennen. Römer 1, 28 Und, was erkennbar ist an Gott, ist in ihnen offenbar. Römer 1, 19 Und, ihre Augen haben sie verschlossen. Matthäus 13, 15 Und wiederum denke an den Tadel Gottes, ich habe dich gepflanzt nur als furchtbaren, wahren Weinberg. Wie bist du, entarteter Weinberg, in Bitterkeit verwandelt worden. Jeremia 2, 21 20 Die Seele ist unsterblich, und alle Seelen sind einander ähnlich, sowohl die der Männer wie die der Frauen. Appelles hatte eine Verschiedenheit der männlichen und der weiblichen Seele gelehrt Vergleiche, Tertullian, über die Seele Kapitel 36 Nur die Glieder des Leibes sind verschieden, es gibt nicht eine Klasse von Seelen, welche von Natur aus sündigt, und eine Klasse von Seelen, welche von Natur aus gerecht handelt. Vergleiche, Irenaeus, gegen die Heresien Römisch 1, 7, 5 Sondern das eine wie das andere geschieht aufgrund des freien Willens, denn das Wesen der Seele ist in allen von gleicher Art und ähnlich, ich weiß zwar, dass meine Rede lang und dass die Zeit schon vorangeschritten ist, aber was ist wertvoller als das Heil, willst du dir nicht die Mühe nehmen, Wegzehrung gegen die Heretiker zu empfangen, willst du nicht auch die Abweichungen vom Wege kennenlernen, um nicht aus Unwissenheit auf abschüssige Bahn geführt zu werden, sehen die Lehrer es nicht für geringen Gewinn an, wenn du lernst, musst dann du, der Schüler, nicht mit Freuden die Lehren samt und sonders annehmen, 21, die Seele hat freien Willen, der Teufel vermag ihr wohl etwas einzuflüstern, aber er hat nicht die Gewalt, sie wieder ihren Willen zu etwas zu zwingen, er hält dir unkeusche Gedanken vor, wenn du willst, nimmst du sie an, willst du nicht, nimmst du sie nicht an, würdest du Unkeuschheit treiben aus Zwang, mit welchem Rechte könnte Gott dir die Hölle bereiten, wenn du Natur notwendig und nicht aus freien Stücken Gerechtigkeit üben würdest, mit welchem Rechte könnte dir Gott unaussprechlich schöne Kronen bereiten, das Lamm ist sanftmütig, aber noch nie ist es wegen seiner Sanftmut gekrönt worden, denn es ist nicht sanft aus freiem Willen, sondern von Natur aus, der Körper, 22, du weißt, mein Lieber, von der Seele so viel, dass es für jetzt genügt, lasse dich, so gut es geht, auch über deinen Körper belehren, dulde keinen, der sagt, unser Körper habe mit Gott nichts zu tun, wer glaubt, der Körper habe mit Gott nichts zu schaffen und die Seele wohne in einem Gefäße, das nicht zu ihr passe, der bedient sich gern des Körpers zur Unzucht, doch was haben sie an diesem bewundernswerten Körper auszusetzen, was mangelt ihm denn an Schönheit, was ist nicht kunstvoll an seinem Bau, hätten sie nicht auf die Augen und ihre glanzvolle Einrichtung achten sollen, auf die Ohren, welche, schräg vorstehend, den Schall ungehindert aufnehmen, auf die Nase und ihr Aus- und Einatmen, auf die zweifache Funktion der Zunge, welche dem Geschmack und der Rede dient, auf die im Verborgenen ruhende Lunge, die ständig tätige Luftpumpe, wer hat dem Herz den ständigen Pulsschlag gegeben, wer hat so viele Venen und Arterien zugeteilt, wessen Weisheit hat die Knochen und Sehnen verbunden, wer vereinigt denn einen Teil der Nahrungsmittel mit dem Körper und scheidet den anderen Teil schamhaft aus, wer hat die Glieder der Scham an schamhafteren Stellen verborgen, wer hat die, an sich, vergängliche menschliche Natur durch einfache Vereinigung unvergänglich gemacht, 23, sage nicht, der Leib sei Ursache der Sünde, wenn der Leib Ursache der Sünde ist, warum sündigt denn ein Toter nicht, lege zu Rechten eines Verstorbenen ein Schwert, gleichwohl erfolgt kein Mord, lasse vor einem erst verstorbenen Jüngling allerhand Schönheiten vorüberziehen, gleichwohl erwacht kein unkeusches Verlangen, warum, weil nicht der Körper an und für sich sündigt, sondern die Seele durch Vermittlung des Körpers, der Körper ist das Werkzeug der Seele, gleichsam ihr Gewand, ihr Kleid, wird er von der Seele der Unzucht hingegeben, dann wird er unrein, wohnt er mit einer heiligen Seele zusammen, dann wird er ein Tempel des Heiligen Geistes, das sage nicht ich, der Apostel Paulus hat es gesagt, wisset ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind, der in euch wohnt, 1 Korinther 6, 19, schone also deinen Körper, da er ein Tempel des Heiligen Geistes ist, beschmutze dein Fleisch nicht durch unreine Handlungen, beflecke nicht dieses herrlichste Gewand, hast du es aber beschmutzt, dann wasche es jetzt in der Busse, wasche dich, solange es Zeit dazu ist, 24, auf die Lehre über die Keuschheit soll vor allem der Stand der Mönche und Jungfrauen, welche in der Welt ein engelgleiches Leben führen, hören, so dann aber auch das übrige Volk der Kirche, eine große Krone ist für euch bereit, Brüder, gebet nicht für eine geringe Freude große Würde hin, höret auf das Wort des Apostels, keiner sei unzüchtig und unheilig wie Esau, der um eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht hingegeben hat, Hebräer 12, 16, bereits bist du in die Bücher der Engel eingetragen wegen deines Vorsatzes, keusch zu leben, sieh zu, dass du nicht wegen unkeuscher Tat wieder ausgetilgt werdest, 25, du darfst aber auch nicht, wenn du ein keusches Leben begonnen hast, hochmütig auf die Verheirateten herabsehen, denn sagt der Apostel ehrwürdig ist die Ehe und unbefleckt das Ehebett, Hebräer, 13, 4, bist nicht auch du, der du die Jungfräulichkeit bewahrst, von Verheirateten geboren, verachte nicht das Silber, weil du Gold besitzest, auch diejenigen sollen guter Hoffnung sein, welche in der Ehe leben und die Ehe rechtmäßig benutzen, welche die Ehe zu einem Rechtsinstitut, nicht aber durch unmäßigen Gebrauch zu einer Ausschweifung machen, welche sich, um dem Gebete zu obliegen, von Zeit zu Zeit zu enthalten wissen, welche mit reinen Kleidern zugleich auch reine Leiber zum Gottesdienste in die Kirche bringen, welche sich verehelichen, um Kinder zu erzeugen, nicht aber aus lüsternem Verlangen, 26, die einmal verheiratet sind, sollen nicht jene verachten, welche eine zweite Ehe eingegangen haben, die Enthaltsamkeit ist zwar schön und bewundernswert, aber es ist, damit die Schwachen nicht Unzucht treiben, auch eine zweite Ehe gestattet, gut ist es für sie, sagt der Apostel wenn sie bleiben wie ich, wenn sie sich aber nicht enthalten, dann mögen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als Brunst zu leiden. 1 Korinther 7, 8-9 Alles übrige aber, Hurerei, Ehebruch und jede Art von Ausschweifung halte ferne von dir, bewahre den Leib rein dem Herrn, damit der Herr auch auf den Leib schaue, Nahrung, 27, der Leib muss mit Speisen ernährt werden, um Leben und ungehindert seinen Dienst tun zu können, nicht aber, um sich der Wollust hinzugeben, ihr sollt in Bezug auf die Nahrungsmittel folgendes lernen, da sich viele bezüglich der Speisen verfehlen, einige genießen, ohne zu unterscheiden, Götzenopfer, andere, welche enthaltsam leben, verurteilen die, welche genießen, manche Seelen verfehlen sich bald auf diese, bald auf jene Weise in der Speisefrage, da sie die heilsamen Gründe nicht kennen, warum wir essen und nicht essen, wir fasten und enthalten uns von Wein und Fleisch, nicht weil wir beides als etwas Verabscheuungswürdiges hassen, sondern weil wir dafür einen Lohn erwarten, wir wollen uns über das Sinnliche erheben und eine geistige, seelische Speise genießen, wir wollen jetzt in Tränen säen, um dereinst in Freuden zu ernten, Vergleiche, Psalm 126, 5 Verachte also nicht diejenigen, welche essen und wegen ihrer körperlichen Schwäche Speise zu sich nehmen, tadle auch nicht diejenigen, welche wegen des Magens und häufiger Schwäche etwas Wein genießen, und verurteile sie nicht als Sünder, hasse auch nicht die Fleischspeisen als etwas Feindliches, von denen, die es so machen, weiß der Apostel zu berichten, sie verbeten zu heiraten und Speisen zu genießen, obwohl Gott dieselben für die Gläubigen erschaffen hat, damit sie dieselben mit Dankbarkeit zu sich nehmen 1 Timotheus 4, 3 Willst du dich der Speisen enthalten, dann tue es also nicht, weil sie verabscheuungswürdig sind, denn in diesem Falle erhältst du keinen Lohn, verzichte vielmehr auf das Gute, um die noch besseren geistigen Gaben, die dir bereitet sind, zu erlangen 28 Willst du deine Seele sicherstellen, dann ist niemals Götzenopfer, gegen diese Speiseneifere nicht nur ich jetzt, sondern bereits die Apostel, sogar Jakobus, der Bischof dieser Kirche, haben es getan, die Apostel und Ältesten schrieben in einer Enzyklika an alle Heidenchristen, sie sollen sich vor allem von dem den Götzen geopferten enthalten, dann auch von Blut und ersticktem, Apostelgeschichte 15, 29 Denn viele Menschen sind wilde Tiere und leben gleich den Hunden, sie lecken wie die wildesten Tiere Blut und verschlingen gierig erstickt es, du aber, Christi Diener, sollst beim Essen das Gebot beachten, mit frommem Sinn zu essen, das mag über die Speisen genügen, Kleidung, 29 Einfach sei deine Kleidung, nicht diene sie zum Schmucke, sondern zum notwendigen Schutze, nicht sollst du damit groß tun, sondern du sollst dich damit im Winter wärmen und sollst die Scham des Körpers bedecken, verfalle nicht unter dem Vorwande, die Schande zu verhüllen, durch überflüssige Kleiderpracht in eine andere Schande, Auferstehung, 30 Gib Acht, ich bitte dich, auf deinen Körper und merke dir, du wirst von den Toten auferweckt werden, um mit deinem Körper gerichtet zu werden, sollte dir aber der Unglaube den Gedanken eingeben, das ist unmöglich, dann schaue auf dein eigenes Leben und schließe daraus auf das, was du, noch, nicht siehst, denke einmal darüber nach und sage mir, wo warst du vor hundert oder mehr Jahren, wie klein und einfach war die Substanz, aus der du dich entwickelt hast, und wie groß, schön und würdevoll bist du geworden, soll dann der, welcher das nicht seiende ins Dasein rief, nicht imstande sein, das, was bereits war, aber zerfiel, wieder zu erwecken, wird der, welcher das unsertwegen gesäte Getreide jährlich, wenn es erstorben ist, wieder aufweckt, nicht auch uns, deren wegen jenes auflebt, ohne Mühe erwecken, du siehst, dass die Bäume jetzt so und so viele Monate schon ohne Früchte und Blätter da stehen, jedoch nach Ablauf des Winters leben sie gleichsam von den Toten neu auf, werden wir nicht viel eher und leichter aufleben, der Stab des Moses wurde in die ihm fremdartige Natur einer Schlange durch den Willen Gottes verwandelt, und der Mensch soll, wenn er dem Tode verfallen ist, nicht mehr als Mensch auferstehen, 31, höre nicht auf die, welche sagen, unser Körper werde nicht auferweckt, er wird auferweckt, und Isaias bezeugt es, wenn er sagt, auferstehen werden die Toten, und die in den Gräbern sind, werden auferweckt werden, Isaias 26, 19, und nach Daniel werden viele von denen, welche im Staube der Erde schlafen, aufstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande, Daniel 12, 2, alle Menschen stehen auf, aber nicht alle in gleicher Weise, die Körper, welche wir alle erhalten, sind ewig, aber nicht alle einander ähnlich, die Gerechten erhalten ihre Leiber, um im ewigen Leben den Chören der Engel beigesellt zu werden, die Sünder erhalten sie, um ewig für ihre Sünden bestraft zu werden, 32, daher hat uns der Herr in gütiger Vorsehung das Bad der Busse gegeben, damit wir die Menge der Sünden, vielmehr den ganzen Sündenpark wegwerfen, das Siegel des Heiligen Geistes empfangen und Erben des ewigen Lebens werden, doch über die Taufe haben wir bereits früher zur Genüge gesprochen, wir wollen noch auf das eingehen, was noch zum elementaren Unterricht gehört, die göttlichen Schriften, 33, all, dies lehren uns die inspirierten Schriften des alten und neuen Testamentes, einer ist nämlich der Gott der beiden Testamente, er hat ja den im Neuen Testamente erschienenen Christus im Alten Testament vorher verkündet und durch das Gesetz und die Propheten zu Christus erzogen, denn ehe der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetze in Gewahrsam gehalten, Galater 3, 23, und das Gesetz ist unser Erzieher zu Christus geworden, Galater, 3, 24, Solltest du je einen Heretiker hören, der das Gesetz und die Propheten lästert, dann halte ihm das heilsame Wort entgegen, nicht ist Jesus gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Matthäus 5, 17 Lerne auch fleißig von der Kirche, welches die Bücher des alten Testamentes und welches die des neuen Testamentes sind, lies keine Apokrypheschrift, wenn du die bei allen als echt anerkannten Schriften nicht kennst, wie sollst du dich um die zweifelhaften Schriften unnützerweise plagen, lies die göttlichen Schriften, nämlich die 22 Bücher des alten Testamentes, welche von den 72 Übersetzern übersetzt worden sind. Damit sind die Schriften der Septuaginder gemeint. 34, nach dem Tode Alexanders, des Königs von Mazedonien, zerfiel sein Reich in vier Herrschaften, in Babylonien, Mazedonien, Asien und Ägypten. Einer der Könige von Ägypten war Ptolemäus Philadelphus. Er regierte 283 bis 247. Ein großer Freund der Wissenschaften, der überall Bücher sammelte. Dieser hatte von Demetrius aus Phaleron, seinem Bibliothekar, über die göttlichen Schriften des Gesetzes und der Prophetenkenntnis erhalten, da er es nun für viel besser hielt, sich nicht mit Gewalt und gegen den Willen der Eigentümer in den Besitz der Bücher zu setzen, sondern mit Geschenken und auf freundschaftlichem Wege ihre Eigentümer zu gewinnen, da er auch wusste, dass ein Buch, das mit Gewalt geholt und unfreiwillig gegeben wird, vielfach gefälscht werde, dass dagegen ein Buch, welches gern gegeben wird, ganz unverfälscht geschenkt werde. So sandte er dem damaligen Hohen Priester Eleazar zahlreiche Geschenke für den Tempel hier, in Jerusalem, und bewirkte, dass ihm von jedem der zwölf Stämme Israels je sechs Männer zur Übersetzung abgeschickt wurden, um die Probe zu machen, ob die Bücher göttlich sind oder nicht, und um zu verhindern, dass die abgesandten Übersetzer miteinander verkehren, wies er so dann im sogenannten Pharus, nahe bei Alexandrien, jedem der angekommenen Übersetzer eine eigene Wohnung an und betraute jeden mit der Übersetzung der ganzen Schrift, als sie in 72 Tagen die Aufgabe vollendet hatten, verglich Ptolemäus sämtliche Übersetzungen, welche sie in verschiedenen Wohnungen, ohne einander gesehen zu haben, fertiggestellt hatten, und fand, dass sie nicht nur in den Gedanken, sondern auch in den Worten übereinstimmten, nicht ja handelte es sich um menschliches Produkt und sophistisches Machwerk, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes wurde die Übersetzung der göttlichen Schriften vollendet. Diese legendafte Erzählung über die Entstehung der Septuaginta kehrt in der altchristlichen Literatur öfter wieder, die Legende findet sich auch schon in dem sogenannten Aristisbrief. 35, die 22 Bücher der Septuaginta sollst du lesen, mit den Apokryphen jedoch sollst du nichts zu tun haben. Die ganze Septuaginta hat jedoch 52 Bücher, daher dürfte die Nennung von 22 schlicht eine Verfälschung sein. Jene allein, zu deren Lektüre wir auch in der Kirche vertrauensvoll greifen, sollst du eifrig studieren. Diejenigen, welche uns dieselben überliefert haben, nämlich die Apostel und die alten Bischöfe, die Vorsteher der Kirche, waren viel verständiger und fremmer wie du. Bist du ein Sohn der Kirche, dann übertritt nicht ihre Gesetze. Studiere die Bücher des Alten Testamentes, deren es, wie gesagt, 22 sind. Bist du wissbegierig, dann gib dir Mühe, ihre Namen, die ich nennen werde, dem Gedächtnis einzuprägen. Die Bücher des Gesetzes sind zunächst die fünf Bücher Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Sodan Josui, der Sohn des Nave, und an siebter Stelle das Buch der Richter und Ruth. Von den historischen Büchern bildet das erste und zweite Buch der Könige bei den Hebräern ein einziges, ebenso das dritte und vierte Buch der Könige. Desgleichen ist bei ihnen das erste und zweite Buch Paralipomenon, gleich erstes und zweites Buch der Chronik, ein einziges Buch. Auch das erste und zweite Buch Estras, gleich Esra, wird als ein Buch gerechnet. Esther ist das zwölfte Buch. Das wären die historischen Bücher. Politische Bücher gibt es fünf, Hiob, das Buch der Psalmen, die Sprichwörter, der Prediger und als siebzehntes Buch das Hohelied. Dazu kommen fünf prophetische Bücher, das eine Buch der zwölf Propheten, ein Buch Isaias, ein Buch Jeremias Nibst Baruch, den Klageliedern und einem Briefe, so dann Ezechiel und das Buch Daniel, das zweiundzwanzigste Buch des Alten Testamentes. Der wiederholte Hinweis auf die Zählung bei den Hebräern zeigt, dass Cyrillus hier den jüdischen Kanon der alttestamentlichen Bücher wiedergeben will. Als Hebräer dürfte ihm daher nicht bewusst gewesen sein, dass auch das Buch Sirach, Tobit, Judit und die Bücher der Makkabäer in der Septuaginta, nebst anderen, zum jüdischen Kanon für die Heiden gehörten. Zwölf Bücher des Alten Testaments, nach den 22 Buchstaben des jüdischen Alphabetes, werden auch gezählt von Josephus Flavius, und von Origenes. Ende Teil 3 von 14, Kirchenvetter, Zyril von Jerusalem, Verstorben 387, Katechesen an die Täuflinge, Pro Katechesis et Katechesis et Illuminandus. So segne, behüte und stärke sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.